Ja, da sind wir jetzt wieder. Natürlich ist mir leid, was gerade passiert ist, aber ich mag sowas überhaupt nicht. Ich verspringe jetzt auch das meiste, bis jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich in seinen Namen gehen kann, drücke ich einfach alles durch. Ich wollte einfach in den richtigen Namen gehen, weil ich hätte einfach nicht vor, dass Red 13, in meinem letzten Fall Red 12, den Namen von Hoyo bekommt, weil er ist für mich in meinen Augen kein Subjekt. Er ist ein Tier, ein Lebewesen und verdient einen ordentlichen Namen. Und er soll nicht Red 13 sein. Oder 12, je nachdem. Nur weil er rot ist. Nee. Jetzt kann man den ganzen Dreck nochmal reinziehen. Jetzt habe ich die Materie nicht geändert und... Ach, egal. Ja, ja. Komm schon, Barrett, guck was. Ja, ja. Und Angriff. Das haben wir ja alle schon gesehen. So. Ok Er ist ziemlich stark Ich helfe euch raus Es hat gesprochen Später spreche ich so viel du willst Verleihen Wir benehmen das Monster Kann jemand Iris an einen Sichereren Platz bringen Tifa, ich verlass mich auf dich Wie heißt du? Huyo hat mich über 13 genannt Ein Name, der für mich keinerlei Bedeutung hat Nenn mich wie du willst Ja, diesmal nennen wir auch Wie wir ihn wollen Löschen Ja, löschen Wir nennen ihn Jetzt weiß mir es langt E Nein E N Nu Das ist K G Mit einem E nur Wir nennen ihn jetzt nach mir Ja Nach mir Weil Das Spiel mich jetzt so aufregt Ja So Hat er nun davon Komm schon So Es ist eh okay bei uns Checken wir erstmal nochmal die Lage Ähm Hauen wir einen Blitz rein Ja Ja herrlich Nicht Wunderschön So 96 Nach 904 Leben hat er Sehr schön Dann haben wir doch gleich mal ein Feuerball rein Schöne Kombination Ja gut Ja gut Querhieb Mal schauen ob ich die anderen angreifen kann Wenn wir jetzt mit Barret 27 Ja gut Feuer Feuer Mal Inoki heilen Ja er heilt jetzt Inoki Wir können das ruhig alle gerne live miterleben Also Ich schneide hier nichts extra raus Oder so Oder Ne Auch meine Fehler packe ich mit rein Oder die Fehler vom Spiel jetzt In dem Sinne Also Feuer zieht echt ganz schön damage man 208 noch Kommen wir noch ein Feuer hinten rein Und hoffentlich war es das dann Ne Aber Mit einem normalen Angriff Nanaki Reißzahn Beende das Match Los Inoki Ich hab Nanaki genannt Ja das ist ein richtiger Name Das ist einer meiner Lieblingscharaktere Der Kuh ist auch schon Level 13 Wow Sehr schön Iris Bist du okay? Sie scheint okay zu sein In vielerlei Hinsicht Ich habe Ich habe auch Ich habe auch das Recht zu wählen Ich mag keine Zweibeinigen Dinger Was bist du? Gute Frage Aber schwer zu beantworten Ich bin was du siehst Du hast bestimmt viele Fragen Aber lass uns erst von hier weg Ich gehe voraus Cloud Du bist also doch gekommen Mich zu holen Entschuldigung Für den Auftritt dort hinten Ich habe nur vorgetäuscht Um Hoyo abzulenken Nachdem wir Iris jetzt gerettet haben Brauchen wir uns Brauchen wir uns In diesem Gebäude nicht mehr aufzuhalten Verdammt nochmal raus hier Wenn wir alle fünf zusammen gehen Werden wir bestimmt bemerkt Lass uns in zwei Gruppen gehen Menü Materie Ordnen Tausch So Erstmal alles wegnehmen Bis später Wir warten im Aufzug Im 66. Stock Wir gehen zuerst Wir treffen uns Beim Aufzug Im 66. Stock So Jetzt haben wir Inoki dabei Wir können jetzt auch noch Ein bisschen Materia verteilen Haben wir neue Vier Slots Titanreif Was hat er? Okay Titanreif kann man ausgeben Talisman Gemüt Ich gebe nochmal Inoki Ähm Alle Analyse Schön 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 Dann können wir mal Genesung noch geben Und Raub Ordnen Prüfen Prüfen Er schraubt Dann Analyse Nein Ja Sehr schön Ähm Du kriegst noch mal Das ändern wir auch um Also Analyse Kälte Alle Gift Nebenwirkungen Hitze Und Genesung So Stellen wir uns komplett aus Sehen wir hier Fein Natürlich Materia Ganz wichtig Okay Raub weg Feindes können hin Ganz wichtig Feindes können Ganz wichtig Ja So Jetzt haben wir das geregelt Jetzt können wir noch das da oben Mitnehmen Okay Können wir nicht mitnehmen Ähm Können aber erstmal Heilung wirken Blitz auf alle machen Wow Wow Feuer auf alle Feuerball Heilige Okay Ich muss mich jetzt schnell beeilen zum sterben Meine Leute Ich hätte doch noch heilen sollen Okay Wahrscheinlich die falsche Entscheidung Aber Cloud Zusammen schlafen Also das gibt's Jawohl Heilung auf Inoki Und Eis 2 Alter Schwede Blitz 2 Was geht ab man Man Sehr schön Jetzt sollte ich mal schnell Zauber wirken So Halt Etems Vielleicht einsammeln Wir sind im 68 Stock Wir müssen aber Eins tiefer Also gehen wir hier wieder runter Jetzt sind wir im 67 Jetzt speichern wir erstmal wieder Ja Herrlich So Wie warst du mit dem Blitz Mein Freund Weil wenn du es nicht überlebst Dann nimmst du auch einen Reißer hinterher Los Inoki Sehr schön gemacht Und Und So 66 Zerstock Haben sie gesagt Hier sind wir ja schon Also ab in den Aufzug Hä Was ist das Nach oben bitte Turks Das ist eine Falle Das muss ja richtig aufregend gewesen sein Hat es dir Spaß gemacht? Warte mal Wo ist Iris? An einem sicheren Ort Sie ist der letzte Nachkommen des alten Volkes Wirst du nicht? Sie nannten sich Cetra und erlebten vor tausenden von Jahren Jetzt sind sie nur noch eine Seite im Buch der Legenden Cetra Das Mädchen ist ein Nachkommender Cetra Cetra oder das alte Volk Zeigt uns den Weg zum verheißenen Land Ich verspreche mir viel von ihr Ich habe das schon nicht falsch vorgelesen Das verheißene Land Ist das nicht eine Legende? Es ist so interessant Es nicht weiter zu verwolten Das weise Land sei Sei Soll fruchtbar sein Wenn das stimmt Dann muss es doch auch Marco geben Genau Deshalb brauchen wir unseren teuren Marco Reaktoren Die Marco Energie wird von selbst ausströmen Dort wird neue Da wird neue Midgar erbaut Schindras neue Meilenstein Verdammt Du träumst war Ach Weißt du denn nicht Heutzutage braucht man zur Verwirklichung Seiner Träume nur Geld und Macht So Das war alles Ende der Unterhaltung Platz da Moment Ich habe dir noch viel zu sagen Barrett Er sagte doch Platz da Mit deinem Gefähr für den Arm Kann es leider nichts machen Wenn du noch was willst Sprich mit meiner Sekretärin Mit der werde ich auch gleich noch ein Wörtchen reden Der erzählt ein paar Takte hier Können wir aussteigen? Du lass es mir Braut du bist so mutig Komm wir aussteigen Überlass es mir Braut du bist so mutig Mir ist wohl eh noch hier geht Opa 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 Was ist denn so witzig? Nix Hahahaha Bees wohl Bees wohl Iris ergeht Cloud Bist du da? Iris Bist du in Sicherheit? Ja Bin ich Ich bin okay Ich wusste dass Cloud zu meiner Rettung kommen würde Hey Ich bin ein Bodyguard Okay Die Abmangel war eine Verabredung Ja? Oh Tiefer Oh Ich verstehe schon Tiefer Tiefer Du bist auch da? Entschuldigung Weißt du Iris Ich hab eine Frage Was? Gibt es das verheißene Land wirklich? Ich weiß nicht Ich weiß nur Die Tetra wurden aus dem Planeten geboren Sprech mit dem Planeten und öffne den Planeten Und dann Die Tetra werden ins verheißene Land zurückkehren Ein Land das höchstens Glückseligkeit verspricht Was heißt das? Mehr als Worte weiß ich nicht Sprechen Mit dem Planeten Was genau sagt der denn der Planet? Er ist voller Menschen Und es ist laut Deshalb kann ich nicht verstehen was sie sagen Hörst du jetzt auch? Hörst du sie jetzt auch? Ich? Ich habe nur ein Nur an der Kirche in der Slums gehört Mutter sagte Mitger sei nicht mehr sicher Ich meine Meine richtige Mutter Eines Tages gehe ich aus Midger weg Sprich mit dem Planeten Und versuche mein verheißenes Land Das hat Mama gesagt Ich dachte wenn ich aufwache Würde ich ihre Stimme nicht mehr hören Aber Lass uns einfach ein bisschen schlafen Die Tür ist offen Wann ist sie aufgegangen? Was ist passiert? Tifa Wach auf Was ist los? Irgendwas ist los Schau raus Was wohl passiert ist? Es müsse den Schlüssel bei sich haben Es müsse den Schlüssel bei sich haben Komm Tifa Bring Iris Bring Iris Ich helfe Barrett und den anderen Barrett Inoki Komm mit mir Wie seid ihr hier reingekommen? Warum ist die Tür offen? Verdammt Wartet auf mich Don't go alone Bros Was zum Teufel ist los? Das kann kein Mensch gemacht haben Bis zum Teufel ist los? Das kann kein Mensch machen sein Bis zum Teufel ist los Bis zum Teufel ist los Bis zum Teufel ist los